Hallöchen Kinder, ich grüße euch recht herzlich. Jetzt stelle ich euch die einzelnen Biersorten der Brauhausriegele Geschenkbox vor. Ja, wir starten mal mit 0% bei der Weiße Alkoholfrei, steigern uns aber ganz schnell auf 5% beim Kellerbier Naturtrüb und Unfiltriert. Dann geht es zur leichten Weiße, wo wir mal wieder ein bisschen runterfahren, Naturtrüb und Schlank mit 2,9%. Weiter geht es zur Hefeweiße, Naturtrüb und Fruchtig mit 5%. Dann sind wir beim Kommerzienrat, Riegele Privat, Würzig und Mild mit 5,2%. Als nächstes geht es zum echten Dunkel, Doppeldunkel, Gedat mit 4,9%. Weiter zur alten Weiße, Naturtrüb und Dunkel und 5%. Dann haben wir das feine Urhell, klassisch eingebraut mit 4,7%. Und ebenfalls 4,7% hat das Herrenpilz, auch fein und herb. Ja, und ihr habt ja gesehen, auch die Etiketten sind richtig schön edel. Und wie gesagt, auch mein Video Augsburger Puppenkiste hat euch ja schon die Kraftbierspezialitäten vom Brauhaus Riegele vorgestellt. Und ich denke mal, die normalen Standardbiere von denen werden genauso lecker sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und allerliebste Grüße aus Augsburg. Macht's gut!